Patrick, was ist das? Aber wie redest du? F*** you, Gene! Gene-Craft! Jungs, bitte. Ey, das googelt nicht! Obwohl der Körper wie Edus hat. Was wieder am Leute, herzlich willkommen zu eurem neuen Video auf dem Kanal. Wir machen heute ein Spongebob-Quiz, zusammen mit Spongebob, Patrick und Büscher. Robi stellt Fragen, wünsche euch viel Spaß beim Video. Lasst gerne einen Like da und viel Spaß! Ich stelle euch jetzt ganz normal Fragen, ihr schreibt auf euer Handy auf und zeigt... Okay, verstanden? Ich stelle Frage, ihr schreibt auf Handy die Antwort auf und dann zeigt ihr. Ey, Spongebob Patrick, ich bin jetzt gespannt, ob ihr wirklich, zum Beispiel Patrick, den Namen verdient habt. Nein, ich sag auch nein. Nein, nein. Wie guckst du die ganze Zeit Spongebob, Junge? Oder wenn ich was gucke, merke ich mir doch nicht. Okay, dann fangen wir mit der ersten Frage an. Wie heißt Mr. Krabs mit Vornamen? Ich hab' auch. Keine Ahnung. Mit Vornamen, hast du gesagt? Ja, mit Vornamen. Ey, das hast du? Ohne Google! Ich google doch nicht. Oh mein Gott. Du ubelst die ganze Zeit. Ich weiß beide nicht. Das ist hart. Okay. Okay, dann haltet alle rein. Eugene! Eugene! Eugene, Krabs! Mr. Mr. Okay, alle einen Punkt außer Eltern. Ey, sag mal! Mr. Dann nächste Frage. Für was steht das N im Fun Song in der ersten Strophe? Mann, Bruder. Ey, das ist nicht schwer. Jungs, bitte. Ich glaub, ich hab's. Ich kann alle drei M's nennen. Ich kann das komplette Ding vorsingen, Leute. Ja, aber mach mal lieber nicht. Vielleicht kommt's noch. F steht für Freunde. Ey, hey! Aber sing weiter bis N, Bruder. Nein! Du hast gerade gesagt, U steht für günstig und Milch. Ja, ja. Ich hatte gar nicht günstig gedacht. Ehrlich gut. Nee, check das nicht, Bruder. Mann, Bruder, N für ... Oh! Weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht. Ey, das ist peinlich. Habt ihr Musi und Elders? Ja. F steht für Freunde. Ne, dann schreib irgendwas. Ich hab ... Okay, Musi kommen. Ich hab irgendwas, ja. Okay, Musi halt du als Erstere. Nein. Nein. Okay, dann haltet rein. Nein, zeig Musi. Okay. Ja, ich hab nicht, Bruder, ich hab nichts. Los! Ich sag Hype. Wie du hast nix. Hype vorbei. Nichts. Endlich. Endlich. Haben wir immer Spaß. Ganz friedlich und freundschaftlich. Mann, Musi, zeig mal. Äh? Wie end steht für endlich? Wie end steht für endlich? Ja, haben wir immer Spaß. Freundschaft? Naseweiß und das dritte für nukleares Waffenarsenal. Ja, komm, liegt noch alles. Ja, sag an Spoiler alles einfach. Okay, Spoiler. Nächste Frage. Ich hab kein Lied gespoilert. Sorry Leute an alle Lied. Kendrick weiß das Lied selber nicht, deswegen passt. Aus was sind die Bäume unter Wasser gemacht bei Spongebob? Ich hab's. Hä? Ich hab's. Bruder? Das sind Korallen. Das sind doch Korallen. Aber das... Ich kann das alles nicht mehr. Ich kann das alles nicht mehr. Ich hab kein Bild vor Augen. Ich hab kein Bild vor Augen. Ich hab kein Bild vor Augen. Wie dein Baum... Wo ist ein Baum? Ich kann einen Baum. Ich sag lieber nix. Oder warte mal. Selbst so? Das war's. Ey, Mann. Okay, habt ihr was? Ja. Wo ist die Eldor Sidney? Habt ihr auch? Ja. Ich hab ein bisschen Schiss. Eldor, du googel nicht. Ich hab viel googelt. Okay, dann haltet rein. Ich hab auch's Blasen. Korallen. Ich hab Korallen. Ja, Eldor? Ich hab's gelacht, als du das gemacht hast. Ja, Korallen ist richtig. Das ist so dumm, er sagt's noch. Ja, ich hab's gelacht. Deswegen hab ich nicht gelacht. Doch nicht, aus was sie bestehen. Er sagt, das ist doch Korallen und schreit mich auf. Ich verstehe das nicht. Wasser. Warum Wasser? Ja, aus Wasser. Die Frage war ja nicht, was die Bäume unter Wasser sind. Das sind ja Korallen. Aber aus was sie bestehen. Wenn man einen Baum sucht, da kommt nicht mal was. Ja, weil... Ach, die Dinger. Okay, dann nächste Frage. Ich bin schuld wegen Fragestellung. Was behauptet Mr. Krabs wäre sein Name vor dem fliegenden Holländer? Uh. Ich weiß es nicht. Hä? Ich sag, Sidney weiß alles, außer diese eine Frage noch. Noch eine Scheißfrage? Ja, ist so eine Schätzfrage. Hä? Es war's bei der Hypes vorbei. Ich hab keine Ahnung. Ich sag jetzt, er snitcht einfach. Sag mal noch mal, stell mal noch die Frage. Was behauptet Mr. Krabs wäre sein Name vor dem fliegenden Holländer? Vorbei. Also ich kenn die Folge nicht mal. Ich auch nicht. Weißt du's nicht? Wir sind beim Spinn von Davy Jones. Wieso weißt du was dann? Echt? Ich weiß es. Achso. Ja. Ich mein, die wissen die Folge nicht mehr. Ja, dann fünf, vier, drei, zwei, eins. Reinhalten. Hm, Tat... Tadeus. Taddeus. Geist. Keine Ahnung. Benjamin Blümchen. Ja. Ich bin Benjamin. Benjamin Blümchen. Ja. Okay. Ich kann mich an die Folge nicht mehr erinnern. Nächste Frage, wer ist der Herrscher von Bikini Bottom? Ich hab's. I got it. Nee. Nein. Ja, warum nicht? Warte, warum? Der heißt doch noch mal zusammen. Der Herrscher? Ja. Was ist Herrscher? So ein Bürgermeister-Shitkel aus? So ähnlich. Ich hab irgendwas, aber das ist von Spongebob der Filme, aber das wird's nicht sein. Okay, habt ihr alle? Ja. Warte. Warte, warte. Warte, warte. Oh, nicht zeigen. Warte, lass, musst du noch. Okay. Okay, dann jetzt reinhalten. Ja, Neptune ist richtig. Ich hab geschrieben, bis daraus geht nicht das an. Wow. Ich hab Plagdon. Okay, Neptune, König Neptune ist richtig. König Neptune. Ja, mit dem Glatzip oder seine Glatzip. Oh, nur bei dem. Bei der König kommt das raus. Ist ja trotzdem der Herrscher von Bikini Bottom? Okay, dann nächste Frage. Wie ist Mr. Krabs sein Matrosenname? Bruder. Der hat einen Matrosenname? Die Folge, wo er seine Schale verliert? Ja. In diesen... Boah, wie nennen die ihn? Weil die Folge direkt weiß. Da ist er in so einer Bar, da sind nur Krabben. Und dann nennen die ihn irgendwie. Jungs, das war's. Jungs, das war's. Die Jungs, die nicht. Obwohl der Körper geälder ist. Oha. Ich glaub, ich fand die Folge richtig verstören. Ja, ich hab keine Ahnung. Boah, ich weiß auch nicht. Okay, dann 5, 4, 3, 2, 1. Dann... Niemand was? Der braucht nix. Junior. I don't know. Waschbrettbauch. Waschbrettbauch? Waschbrettbauch? Das steht als Name? Ja, das ist sein Name. Das war ein Name. Ja, die nennen ihn so. Tier, Tier. Gesundheit. Tier, Tier. Okay, nächste Frage. Woher kommt Shandy ursprünglich? Ah, hab's. Ja. Ah. Ah. That's my girl. Okay, dann haltet rein. Ab. Texas. Texas, Texas, Texas. Ja, richtig. Die nächste Frage. Ist ne Schätzfrage. Wir haben nächsten dran, es gewinnt. Wie alt war Spongebob in der ersten Folge? Boah. Ich weiß, wann Spongebob geboren ist. Du weißt, wann der geboren ist? Ich weiß nicht, wie alt man so allgemein ist. Ja, ich hab's mal gegoogelt. Ja, dann rechne. Dann wann die Folge rauskam. Also, ja, jetzt? Ja, wie alt, ja. Ähm. Also, ja. Ja. Ja? Yeah. Ich weiß nicht, wie alt ist Spongebob so? Also, in der Serie? So allgemein. Keine Ahnung. Digga, was? Also, ich hab jetzt nur ein Jahr geschrieben, ne? Also, ja. Ja, so. Nein, wie alt er ist. Wie viele Jahre er ist, du Schwanz. Nicht, in welchem Jahr er da war, oder so. 2024. Keine Ahnung, Alter. Okay, dann haltet rein. Warte, 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 warte. Okay, dann nicht. Ja, warte. 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 Es ist... Warte. Ja, ich weiß es. Ich weiß, wie alt er ist. Okay. Hier, ich hab meinen Tag schlecht noch ausgepackt. Ich hab 16. Warte, wer hat die niedrigste Zahl? Was hattest du? Ich hab 19. Okay, 13 war er in der ersten Folge. Was? Der ist 86 geboren. Er ist 86 geboren und die Folge kam vor 2000, ne? Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay, dann die nächste Frage. Wie heißt der Strand in Bikini Bottom? Oh ja. Ach, weißt du das wegen dem Führerschein, Adolfs? Ja. Ich hab's. Nein, Bruder. Ist der Strand da 86 drauf, oder was? Ich weiß nicht, Mann, ne? Ja, kann sein. Ich hab das gegoogelt gehabt. Ich weiß auch nicht, wie der Strand heißt. Also das ist echt... Also ich denk, sie sind jeweils auf jeden Fall. Okay. Muss die Älteres wissen, ne? Keine Ahnung. Okay, dann Sydney Bischarhalter rein. Gula-Gün. 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 Ja, stimmt. Gula-Gün. Mann, Bruder, das sind alle versorgt mit dir. Okay, nächste Frage. Was ist Spongebob's Lieblingstag? Das sind so ne Basics. Gott, dafür muss man halt die Folge geguckt haben. Das weiß ich zum Beispiel auch nicht. Naja, ich glaub... Da muss man eine Folge geguckt haben, das ist schwer. Naja, ich... Ich sag nix. So wie bei dem Bühnchen auch. Warte. 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 Naja, hab ich nicht. Okay, dann haltet rein. Oh, Weihnachten oder sowas. Ich hab Montag. Montag? Sonntag? Du hast bestimmt Gegenteilstag. Stimmt aber auch nicht. Was? Der erste April ist sein Lieblingstag. Hä? Echt? Ja. Warum? Wegen der Push-Hacken? Ja. Okay, nächste Frage. geistig moralische mechanismen sind geistig moralische mechanismen sind ja was heißt das denn das ist aus einer folge ich hab gedacht du weißt was das heißt mein kopf ist so am breiten nicht im kopf habt dann wisst ihr nicht das weiß ich nicht petricks geistige moralische mechanismen sind hat er überhaupt geistige mechanismen ich glaube ich weiß nur 1 ich weiß nur 1 gezählt das moralische mechanismen ich habe 1 nur davon komplex wäre es die eine hilfe patrick geistig moralische mechanismen sind mysteriös und komplex klingelt nicht okay auch egal petrick okay nächste frage wie heißt planktons frau nein ich hab es richtig mittel gemacht ich hab das war es Digga, man denkt, die hat noch nie Spongebob geguckt. Was? Juck mich. Günst du nicht? Eldos hast du auch? Ja. Okay, dann einmal reinhalten. Karen, Karen. Stellar. Stellar. Karen ist richtig, ja. Er hat Stellar. Was juckt mich? Stellar. Für was steht das F in dem Fun-Song bei Plankton? Also bei Planktons Strophe. Das hätten jetzt vorhin sogar, glaube ich, gesungen. Ja. Ihr habt ja Spot-Shops dann gesungen. Ich hab nur die weiteren Ns gespoilert. Ah. Das so bin ich. Ich hab nicht. Ich hab aufgeschrieben, aber ich hab's nicht. Musti, hast du auch was? Ja. Okay, dann haltet rein. Feinde. Feinde. Ich hab auch Feind. Ich hab auch Feind. Ich hab auch Feind. Ich hab auch Feind. Was hast du irgendwas? Echt? Feind. Feind? Feind? Echt? 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 wie heißt die seegurke ich habe zwei namen ich weiß nicht mehr welches so eine krone ich habe zwei namen wenn du mir sagst wenn du das kriegst du punkt ja das war auch der typ ich weiß deswegen habe ich draufschrieben aber kevin die seegurken ich habe erst norbert der die gurken versteckt ich bin enttäuscht von meinen söhnen das ist das video ich hoffe euch hat das video gefallen trotzdem ich bin ein bisschen enttäuscht wenn es wieder heißt du willst mich